Hallo, mein Name ist Christoph von Samsung und heute werde ich ein weiteres Feature am Samsung Flip Pro demonstrieren. Neben der Konnektivität und Kompatibilität zu Android-Geräten ist auch die Kompatibilität zu Apple Airplay gegeben am Samsung Flip Pro. Um das Ganze mal zu demonstrieren, wähle ich einmal das Homemenü aus, gehe dann auf Mobil, Import und muss jetzt hier einmalig, ganz wichtig, die allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigen. Die habe ich jetzt hiermit bestätigt und kann im folgenden auch Apple Airplay-fähige Geräte koppeln. Das demonstrieren wir einmal hier. Dazu wähle ich jetzt die Flip-WMB-Serie aus. Das Airplay-fähige Gerät haben wir jetzt gekoppelt und es wird hier eins zu eins gespiegelt. Es besteht zudem die Möglichkeit, analog zu Android-Geräten, dass man das Ganze auch im Querformat betrachtet und somit verschiedenste Möglichkeiten hat, Präsentationen oder Dokumente zu spiegeln. Ich hoffe, die Features haben euch gefallen und viel Spaß beim Testen. Musik 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 Musik